So, sechs Wochen Sommerferien vergingen mal wieder wie im Flug und ich räume gerade mein Turnister mal so ein bisschen aus. Oh, sorry, das war natürlich überhaupt nicht geplant hier. Ja, und mit dem Schulbeginn beginnt auch wieder der so interessante Mathe-Untrecht. Ach ja, was freue ich mich drauf. Ja, und deswegen wollte ich heute mit euch über die Fächer sprechen, die ich gerne mal so in der Schule hätte und die es nicht gibt. Also die Fächer, die vielleicht noch erfunden werden müssen und die ich gerne in der Schule habe und die es bis jetzt noch nicht gibt. Also wünsche ich dir viel Spaß beim Zusehen. So, fangen wir mal mit dem nicht so Spektakulären an. Dem Sportunterricht, der ja eigentlich doch besser ist als, sagen wir mal, so eine Französischstunde. Allerdings müsste der noch so ein bisschen modifiziert werden, denn einige Themen, die wir in Sportbahn nüllen, interessieren mich jetzt doch nicht so. Sagen wir mal, Tanzen oder so ist nicht so meins und von daher würde ich sagen, wäre es doch schön, wenn man im Sportunterricht nur Fußball spielen würde. Also die Jungen spielen ausschließlich Fußball, das ganze Schuljahr über und die ganze Schulaufbahn und die Mädchen dürfen dann meinetwegen tanzen oder was auch immer. Jedenfalls sind mir das echt zu viel Abwechslung in Sport und nö. Wenn wir Notfußball spielen würden, wäre Sport perfekt und deswegen gibt es getrennten Sportunterricht. Die Jungs spielen Fußball und die Mädchen tanzen von mir aus. Das wäre doch gut. Machen wir mit dem Fach weiter, was auch eigentlich nur modifiziert werden müsste, nämlich Physik. Physik ist ja eigentlich ziemlich theoretisch, na gut, bei uns eigentlich nicht. Wir machen zum Glück viele Experimente, aber normalerweise ist das halt viel Theorie in Physik, was man da lernen muss. Und wer von euch interessiert sich denn heute noch, wie eine Glühbirne funktioniert? Das ist doch langweilig, oder? Und wenn man sowas theoretisch lernt, das bringt doch nichts. Viel besser wäre es doch, wenn man in Physik seinen eigenen PC zusammenstellen kann und das wird dann immer schwerer. Das heißt, du fängst ganz einfach an und wirst dann immer schwerer, bis du dann in Klasse 10 am letzten Schultag dein Gaming-PC mit so und so viel hoher Performance mit nach Hause nehmen kannst. Das wäre doch cool, wenn man da so sein PC bauen könnte. Also nur mal so zur Info, das sind jetzt so Fächer, die ich gerne hätte und die vielleicht nicht jedem gefallen. Nur mal so am Rande erwähnt, falls ihr euch gewundert und euch das überhaupt nicht interessiert. Es geht ja um meine Fächer, die ich gerne hätte. Welcher Junge träumt nicht einmal davon, ein eigenes Computerspiel zu entwickeln? Und eigentlich ist die Schule ja dafür da, um Informationen zu übermitteln und Tipps zu geben. Aber in Sachen Computerspiele geben die Schulen, glaube ich, nicht so Tipps. Da lernt man nicht, wie man sein Spiel programmiert. Na gut, in Informatik vielleicht, aber wir haben keine Informatik. Ne, jedenfalls wäre es schön, wenn man irgendwie, wenn es ein Fach geben würde, in dem man sein eigenes Computerspiel lernt zu programmieren. Von mir aus auch ruhig von den Basics bis dann zum Ende. Also das wäre wirklich cool, so ein eigenes Computerspiel. Hm, das Display ich dann natürlich. Ja, kommen wir zum nächsten Schulfach, was es geben muss. Und das interessiert jetzt vielleicht nicht jeden von euch. Aber ich würde gerne ein Fach haben, was Film heißt. Also wo man einfach irgendwie auch ruhig so ein bisschen was über die Kamera lernt. ISO, Blendenwert und Belichtungszeit. Also das wäre echt gut für die Theorie. Und dann später geht man immer raus. Irgendwohin, von mir aus in den Wald oder keine Ahnung wo. Am besten noch in so ein Fernsehstudio. Ja, und dann dreht man da halt seine Clips, so wie ich das gerade eben schön mache. Und später bearbeitet man die dann. Wenn es das Fach Film gibt, muss es auch das Fach Editing geben. Denn so ein Clip muss natürlich bearbeitet werden. Denn so sieht der ganz schrecklich aus, so wie ich jetzt hier gerade. Wenn ich jetzt hier vielleicht kann ich mal mein Rohmaterial einblenden, wie ich jetzt so aussehe. Hallo? Oh so, und jetzt sind wir wieder, wie ich bearbeitet aussehe. Da kann man dann doch noch einiges im Schnitt rausholen. Und zum Beispiel mache ich mich immer noch ein bisschen brauner, als ich jetzt gerade eben bin. Ich kann ja nochmal das Rohmaterial einblenden. So sehe ich jetzt aus. Und jetzt wieder in das Normale. Schon ein Unterschied und ich finde, wirklich Schnitt muss sein. Und man soll natürlich nicht nur dann da lernen, wie man jetzt sowas eben macht. Sondern auch ruhig Special Effects sein mit einfügen. Und da müssten die Lehrer dafür da sein, um einem wirklich After Effects schön beibringen zu können. Auf jeden Fall After Effects, nicht irgendwie Motion 5 oder wie das davon heißt. Wir wollen nämlich nur mit Profi-Programmen, nur mit dem Besten arbeiten. Und deswegen müssten die Lehrer da wirklich was ein bisschen über After Effects beibringen. Das wäre echt cool. Da YouTube immer, immer, immer weiter wächst. Wäre es doch gut, wenn man einfach Musik oder Kunst gegen YouTube tauschen könnte. Weil wer interessiert sich denn für Kunst? Gut, Kunst ist eigentlich ganz gut. Da kann man immer bei uns zumindest schön Musik hören. Aber trotzdem wäre YouTube, glaube ich, besser. Und das ist dann natürlich nicht nur so Vergnügen, die neuesten Videos von, keine Ahnung wem, angucken. Sondern hat doch schon einen lehrerischen Hintergrund. Ne, lehrerischen sagt man nicht. Einen lernhaften Hintergrund nenne ich das jetzt einfach mal. Nämlich sagt der Lehrer dann so. Ihr guckt euch jetzt alle mal das neueste Video von Snook an. Und dann schilde ich euch ein paar Fragen dazu. Oder ihr guckt euch das an. Und dann schreiben wir mal kurz einen Vokabeltest darüber. Das wäre doch echt cool, wenn der Lehrer so sagt. So, ihr guckt alle das Video von, das neueste Video von Sarraza. Und dann schilde ich euch dazu Fragen. Und ihr müsst sie beantworten. Das wäre doch ein cooles Fach so. Anstatt Musik oder Kunst. So, kommen wir zum nächsten Fach, nämlich Zukunft. Denn es gibt Geschichte. Aber Geschichte war damals, das war 1800 irgendwas, was man da dann lernt in der Schule. Und von daher finde ich es viel interessanter, was über die Zukunft zu lernen. Denn wir sind die Zukunft. Und deswegen war es auch schon spannend, wenn man mal so ein bisschen auch mit dem Lehrer, mit einer Fachperson wirklich mal darüber spekulieren, spektakulieren, spekulieren könnte, was denn so in, sagen wir mal, 60 Jahren passiert. Was es da für Handys gibt. Wobei, das müsstest du eigentlich wissen, wenn du mein Video hier unten gesehen hast. Also guck es dir ruhig an. So, nee, ich muss dazu nochmal sagen, dass es wirklich meine Fächerwünsche wären. Also nicht jetzt auf die grobe Masse bezogen, sondern wirklich auf mich spezialisiert. Vielleicht so als Wahlpflichtfach finde ich das nicht schlecht, diese Fächer. Und ansonsten kannst du hier an der Seite abonnieren. Hier unten Social Media und so weiter. Und ansonsten, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben gibst. Und ansonsten sehen wir uns dann nächsten Sonntag um 17 Uhr zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen bei diesem Video und bis dann. Tschüss.